Meine allerliebsten Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Habt ihr euch eigentlich schon bewaffnet? Nein? Wie sollt ihr euch denn sonst gegen die Plünderer im Winter verteidigen? Was für Plünderer? Also ich bitte euch, habt ihr nicht gehört, dass unsere Gesellschaft in wenigen Monaten zusammenbrechen wird? Ein Glück, dass es Jörg Sprawe gibt, der erklärt ihr nämlich, wie du Waffen baust, ohne dafür in den Knast zu kommen. Also das ist ein klassisches Messer, dass obwohl es keine Waffe ist, ich darf es nicht mit mir führen. Nicht ohne Grund, also zum Campen ja, aber nicht ohne Grund einfach so in der Fußgängerzone. Aber das Problem ist, genau das will ich. Ich will so ein Messer mitnehmen, weil das hat halt richtig Drohwirkung und damit kann ich auch jemanden ein bisschen am langen Arm verhungern lassen. Also von daher, sowas will ich eigentlich, aber es geht nicht. Warum will er das? Das ist bestimmt auch so einer, der in Amerika das Waffengesetz, so wie es jetzt ist, befürwortet, dass jeder mit einer Knache rumläuft und man sich einfach gegenseitig sinnlos über den Haufen ballert. Man sieht doch das Problem in Amerika. Wie schlimm das ist, wenn die Waffengesetze so dämlich sind. So, und er will es völlig in Ordnung finden, wenn dann die Leute mit solchen Messern rumlaufen. Was jetzt nicht unbedingt sehr vorteilhaft ist, weil dann sieht es genauso in Deutschland aus, dass man sich einfach hier niedermetzelt, Alter. Das ist das hier eine Scheiße. Aha, vielleicht finden wir doch noch eine Lücke in diesem Waffengesetz. Uner... Hoffentlich wird das Gesetz relativ schnell umgeschrieben, dass genau sein Vorhaben halt in die Hosen geht. Ich hoffe, er hat jetzt darauf aufmerksam gemacht, dass es eine Gesetzeslücke gibt, die man dringend schließen muss. Er erklärt dir auch, wo du mega krasse Bögen oder Armbrüste kaufen kannst, mit denen du sogar Bären erlegen kannst. Den kann also wirklich, ein Kind kann den ausziehen. Guckt euch das an, das ist sowas von easy. Mit Jagdpfeilen ist das auch in dieser Lascheneinstellung tödlich. Und macht einen Heidenspaß. Ja? Tick, bing, bing, bing. Und das hat jetzt so viel Leistung, da könnte ich im Prinzip großwild mitjagen. Bären, Elche, was weiß ich. Denn der hat richtig abartig viel Leistung. Kann ich jetzt nicht mehr ganz so schnell... Man fragt sich, wofür man überhaupt diese Scheiße braucht, ne? Wozu brauchst du denn du, also jetzt for real eine Armbrust? Natürlich ein bisschen um hier drauf... Aber wozu brauchst du denn eine Armbrust, um einen Bären zu jagen oder so? Wer zum Teufel nimmt eine Armbrust, um einen Bär zu jagen? Schießen wir mit dem Schwachen, aber immer noch ziemlich schnell. Ja, wir leben hier in Deutschland, so. Wozu brauchst du denn irgendwie, um Bären oder irgendwelche Großtiere da zu töten mit einer Armbrust? Ich weiß nicht, in welchem Film der lebt, ja? Also ich würde es verstehen, weißt du, wenn der in Alaska wohnt, ja, und alle fünf Sekunden kommt ein Bär bei ihm vorbei, ne? Ich kann euch noch ein bisschen mehr nachvollziehen, weil man sich da bedroht fühlt. Aber, ey, wir leben halt einfach in Deutschland. Was ist denn mit ihm los? Alter, Hassel Hamburg, danke für 3,33 Euro. Hassel der Unterstrich Hamburg spendet 3,33 Euro. Eine kleine Spende, damit du auch im Uhren-Game mitspielen kannst. Oh mein Gott, das will ich unbedingt. Vielen Dank, mein nächstes Mal ist ein Rolex, definitiv. Ja? Dankeschön, Hassel Hamburg. Kuss geht raus. Dafür hat das Ding natürlich Dampf ohne Ende, ne? Ah, mal hier drauf. Für den Kampf. Alter, das ist wirklich brutal, das Ding. Ums, ums, äh, um die Futterdosen absolut, absolut effektiv. Spoiler. Hä? Will der, warte, warte mal ganz kurz. Diese Waffe, die tötet einen Menschen relativ easy, so wie ich das gerade eben gesehen habe. Der kann es auch mit einer Pistole auf jemanden schießen. Und ich glaube, eine Pistole hat vielleicht noch nicht mal so viel Durchschlagskraft wie diese Armbrust. Alter, was bin ich sehend. Bei ihm. Meine ganz blöde Frage. Womit, denkst du, kann man die Menschen am besten unter Kontrolle bekommen? Mit Angst natürlich. Damit lässt sich auch verdammt effektiv Geld machen. Wir alle kennen ja den Effekt von FOMO, also der Fear of Missing Out. Deswegen gibt es ja auch ständig diese Merch-Drops. Bloß nichts verpassen, das ist ja alles limitiert. Eine aktuelle Angst, mit der man ganz gut arbeiten kann, ist die Angst vor Gasknappheit. Also versteht mich nicht falsch. Wir haben hier ein Problem und man muss es irgendwie lösen. Das ist legit, sich mit der Frage der Versorgung mit Energieträgern auseinanderzusetzen. Ich glaube, das ist ein schweres Thema, Leute. Das wird ein sehr, sehr schwieriges Thema. Allerdings wird dieser Diskurs ausgenutzt. Gibt man genau diese Worte, also Angst vor Gasknappheit, bei Google ein, bekommt man fast 30.000 Ergebnisse. Was bei dieser doch sehr spezifischen Bezeichnung ziemlich faszinierend ist, finde ich. Es gibt da jetzt plötzlich wieder einen Begriff, der bei allen in aller Munde ist. Es ist der Wutwinter. Und dieses Wort wird gezielt von neurechten Kreisen dazu benutzt, um sich jetzt aufzumunitionieren, vorzubereiten. Der Wutwinter für die Wutbürger. Auf die Zeit nach dem Sommer, wenn die Leute wieder zu Hause sitzen müssen und sich mit ihrem normalen Leben auseinandersetzen und mit den normalen Problemen herumschlagen müssen, die Entspannungskurve runtergegangen ist, die Angst vor der Gasknappheit nach oben gegangen ist, man sich mit den folgenden Inflationen auseinandersetzen muss, bei denen man jetzt im Sommer versucht hat, das vielleicht irgendwie so ein kleines bisschen nicht zu betrachten, weil man hat ja Urlaub und vielleicht, weil das Wetter gut ist. Aber das Wetter wird schlechter werden, die Tage werden wieder kürzer und die Negativität nimmt zu hierzulande. Und da ist es gut, wenn man so ein Thema hat, auf das man sich vorbereiten kann und das ist der Wutwinter. Und das ist so ein diffuser Begriff, wo auch die Angst davor mit reinspielt, dass Corona weitergeht, aber eben auch die Energieversorgung und was immer der Krieg in der Ukraine noch bringen mag. Ich zitiere jetzt an dieser Stelle mal unsere Innenministerin Nancy Faeser. Demokratiefeinde warten nur darauf, Krisen zu missbrauchen, um Untergangsfantasien, Angst und Verunsicherung zu verbreiten. Derzeit suchten solche Kreise nach neuen Themen mit Mobilisierungspotenzial. Was schon Rechtsextremisten und unterschiedliche andere Szenen bei den Corona-Protesten verbunden hat, bleibt der gemeinsame Nenner. Die Verachtung für die Demokratie und der Versuch, das Vertrauen in unseren Staat zu erschüttern. Und dieser Wutwinter, die Erzählung davon, basiert ja auf einem Staatsversagen. Dem Versagen gegenüber der Bevölkerung, eine Versorgung zu gewährleisten. Und wer dieses Narrativ benutzt, der schürt die Angst und gleichzeitig setzt er sich selbst als eine Art... Erinnert mich übrigens an... Warte, wie ist der Glatzkopf? Sascha... Nee, wie hieß denn der? Schrank? Heiko Schrank. Einzelnen Chat. Kennt jemand Heiko Schrank? Das ist so einer, der... Der in der... Das ist auch ein... Das ist ein rechter Typ. Der in dieser ganzen Impfbewegung... Ich glaube, das war schon in der Impfbewegung, ne? Oder der sehr dagegen war mit dem Lockdown und so, ne? Hat viel da protestiert und so. Bis er dann seinen eigenen Merch rausgebracht hat und überall vertrieben hat, damit die Message überall rausgetragen wurde. Ich weiß nicht, ob der noch ein Buch veröffentlicht hat. Und den Leuten noch mehr Angst gemacht hat, um sich dann noch mehr seiner Gemeinde anzuschließen, damit er dann viel verkaufen kann, ne? Also er profitiert dann praktisch von der Dummheit der Leute, die ihm dann sozusagen folgen, ne? Und diesen Vibe fühle ich gerade eben hier so ein bisschen bei Jörg Sprabe. Sollte das jetzt wirklich der Fall sein, dass er seine Waffen verkauft? Dass er den Leuten Angst macht, dass die Leute sich von ihm dann die Waffen holen, ne? Ähm, ich weiß aber nicht, kann auch sein, dass er ja bloß Videos macht, wie man sowas herstellt und nicht, dass er das verkauft. Sollte er es verkaufen? Kritisch. Also, was ist kritisch? Er macht halt Leuten Angst, um davon zu profitieren. ...retter einen gegenüber dem, was die, ja, scheiternde Regierung da so verbockt hat. Das ist ja auch nichts Neues. Aber diese Seite gibt sich dadurch eine Rolle im Diskurs, wo sie eigentlich gar nichts zu tun hätte. Um genau zu sein, ist ja die Putin-treue AfD viel mehr dabei gewesen, vor Russland zu puckeln. Also, wenn die AfD an der Macht wäre, hätte man uns noch viel stärker nach Russland verkauft. Ja. Just saying. Also, wie gesagt, die Situation per se ist ernst und sehr verzwickt. Das ist richtig. Aber für die politischen Aufpeitscher ist sie geradezu apokalyptisch. Die Gesellschaft wird zusammenbrechen. Blackout, Plünderung, Bürgerkrieg. Great Reset, Leute. Great Reset. Alles, alles von Anfang. Das ganze Bürgerkriegsthema ist generell etwas, das von den Rechten schon immer gerne aufgegriffen wurde. Dass es in Deutschland noch nie einen Bürgerkrieg gab, weil es schlicht und ergreifend nicht diese großen ethnischen Unterschiede gibt, die dazu führen könnten, das sei mal dahingestellt. Darüber macht sich vermutlich sowieso keiner Gedanken, der sich vom Wutwinter beeinflussen lässt. Aber wie gesagt, es geht hier auch nicht um Fakten, sondern um Gefühle. Also negative Gefühle. Und da veröffentlichen Gruppen wie die Freien Sachsen folgende Statements. Ukraine. So bitter, dass sie Freie Sachsen heißen. So bitter. ...Weltkongress will Deutsche frieren sehen. Was auch immer ein ukrainischer Weltkongress sein soll. Es kommt einer Kriegserklärung gleich. Angriff der Ukraine sozusagen auf uns. Der ukrainische Weltkongress will mit einer Klage die Auslieferung der reparierten Turbine für Nord Stream 1 verhindern, die von Kanada nach Russland transportiert werden muss. Damit nimmt der Weltkongress in Kauf, dass Millionen Menschen im Winter frieren werden, möglicherweise sogar in Unterkühlung sterben. Also hier, ne, die Ukraine als Weltkongress, da ist dieses Narrativ vom Great Reset, von der Weltregierung, die uns alle kontrolliert mit... Das ist auf so vielen Ebenen. Das ist ein sehr dummer Post. Aber das Problem ist halt wirklich an der Stelle, das glauben halt wirklich Menschen. So, und ja, Leute, wir werden auf jeden Fall erfrieren. Ja, also es gibt gar keine andere Wahl. Denn man erfriert automatisch, wenn mal die Heizung nicht an sein sollte. Man stirbt dann einfach. Es gibt auch nicht sowas wie warme Kleidung oder so, was man halt so nutzen könnte. Oder andere Methoden. Also es ist, man ist tot. Wenn man diesen Winter nicht ausreichend Energie hat, ist man tot. Automatisch. Und Deutschland ist dafür bekannt, ja, das ist fast Sibirien. Und Deutschland ist dafür bekannt, für Winter, die eigentlich permanent minus 20 Grad haben. Also gerade jetzt in der ganzen Klimathematik ist ja Deutschland schon das Land, was dann schon irgendwo Temperaturen erreicht, wo Menschen rausgehen und instant erfrieren. Wenn sie nicht davor noch eine heiße Heizung sich gegönnt haben oder eine Sauna sich gegönnt haben in ihrer Wohnung. Das ist auch ganz klar. Dann Kriegserklärung der Ukraine an uns. Also die Ukraine ist eigentlich schuld am Krieg oder ist sogar unser Feind. Und dann werden Millionen Menschen einfach erfrieren wegen der Ukraine. Also die Ukraine ist quasi im Umkehrschluss daran schuld, dass jetzt ganz viele Deutsche erfrieren werden. Ganz ehrlich, wenn Dummheit quietschen würde, dann gäbe es in diesem Land kein WD-40 mehr. Wobei in diesem Sinne so eine Taktik ja nicht dumm, sondern effektiv. Denn je unzufriedener ein Mensch mit der Gesamtsituation ist, desto wahrscheinlicher versammelt er sich bei einem Typen, der eine Missgabe hält und mit dem Finger auf irgendjemanden zeigt. Hauptsache es gibt einfache Lösungen. Die Grünen haben uns mit dem Great Reset das hier eingebrockt. Jetzt gibt es Bürgerkrieg, während die armen, maskentragenden Deutschen im Winter erfrieren müssen. Dass unser Problem der Abhängigkeit von Russland auf 16 Jahre CDU, CSU und auf Gerhard Schröder davor zurückzuführen ist. Aber eben auch auf die Geldgier deutscher Konzerne, die sich... Darf ich mal noch einmal ganz kurz ansprechen? Weil ich glaube, das wird Maskenhöre. Bei uns wurde auch in der Umgebung, fand auch immer so eine Demo statt, dass sie gegen diese Maskenvorkehrungen protestiert haben. Und gesagt, wir brauchen keine Masken, wir brauchen keine Masken und so ein Spaß. Und das wurde bis vor kurzem jeden Montag, und ich weiß nicht, ob es jetzt noch so ist, keine Ahnung, ich bin ja jetzt erst vom Urlaub gekommen, das wurde bis zum Urlaub auf jeden Fall, das weiß ich, also bis Juli. Ja, großteils gegen die Masken, guck mal, es gibt keinen Lockdown mehr, oder es ist nicht mehr... Was gibt es denn jetzt noch für Vorkehrungen? Haben wir sogar drüber gesprochen. Ja, die meisten haben doch protestiert, weil die Masken ja so extrem störend sind. Was, aber übrigens, naja, ist ohnehin die ganze Thematik äußerst dumm gewesen. Und es ist unangenehm gewesen, das zu betrachten. Ja, naja, gut, ich würde gerne mehr dazu sagen. Bereitwillig für mehr Profit in die Abhängigkeit zu Russland begeben haben. Das lässt sich eben auf einer Demo nicht so einfach skandieren. Wie gewisse Narrative im politischen Kampf der Rechten in die Mitte der Gesellschaft quasi unbemerkt getragen werden, damit habe ich mich ja auf meinem Erstkanal schon öfters auseinandergesetzt. Und das war zur Zeit der letzten Wahl beispielsweise der von Russland geleitete Kampf gegen die eher atlantisch orientierten Grünen. Und auch Jörg Sprawe hat sich an dieser Art von politischem Protest beteiligt. Er hat sogar eine eigene Kampagne ins Leben gerufen. Eine Kampagne, die von Rechtsextremen stark beklatscht wurde. Er spricht sich in diesem Video zwar klar gegen die AfD aus, aber das ändert nichts daran, dass er dieselbe Narrative bedient. Hier, schaut euch das mal an. Direkt von seinem Telegram-Kanal wurde die Kreml-Propaganda zur Entnazifizierung der Ukraine unter... Er hat geschrieben, Stop Nazi-Ukraine. ...unterstützt und weiterverbreitet. Direkt unter seinem Namen gepostet. Oder hier, hier wurde ein Post veröffentlicht, der gleich in mehrfacher Hinsicht vor Propaganda trieft. Zum einen ist da der Fahnenflüchtige und zum anderen der, ich sag mal, vielleicht ein bisschen wie Nazi-Aussehende angebliche Ukrainer. Und dass man natürlich ohne Kontext behaupten kann, was man will und da eine angeschnittene schwarze Fahne zu sehen ist und das offensichtlich kein Hilfe-Gesuch ist, lassen wir jetzt mal außen vor. Ihr fragt euch jetzt sicherlich... Ich finde es auch lustig zu sagen, ja, Nazi-Ukraine und sowas. Und dann wird halt ein Ukrainer gezeigt, der, oder wenn es ein Ukrainer jetzt wirklich wäre, wird halt einer zusammenhangslos gezeigt. Und natürlich, es gibt auch Amerikaner, die Nazis sind. Es gibt auf der ganzen Welt, in Südafrika gibt es jede Menge Menschen, die Nazis sind. Ja, die auch Hakenkreuz tätowiert haben und so ein Spaß. Skinheads und so weiter. Gibt es sehr, sehr viele. So, überall gibt es Nazis. In Russland gibt es safe auch Nazis. So, und dann wird das dann gepostet und gesagt, oh, Ukraine-Nazis und so. Das macht gar keinen Sinn. Das macht gar keinen Sinn. Es tut weh. Wirklich, in Deutschland hast du halt solche so dumme Menschen. So, ich weiß nicht. Was ist denn? Also die Leute müssen doch auch ein bisschen bis 10 zählen können. Das wäre halt ganz nett, zumindest. Wer ist eigentlich Jörg Sprawe? Wo kommt der her? Den gibt es schon eine ganze Weile auf YouTube. Der hat damals mit dem Slingshot-Channel auf sich aufmerksam gemacht, der mittlerweile in Jörg Sprawe umbenannt wurde. Der hat damals nerdingen Stuff gemacht mit lustigen Schussgeräten, kann man sagen. Aber wie oft beobachtet, kippen eigentlich harmlose Charaktere, wenn man ihnen das Geld wegnimmt oder aber sie eine Aussicht auf mehr Geld bekommen. Jörg Sprawe ist ja damals bekannt geworden, weil er eine YouTube-Gewerkschaft gegründet hat. 2018 änderte YouTube ja seine Richtlinien, weil Werbekunden keine Werbung mehr ausgespielt sehen wollten vor Videos mit Gewaltinhalten oder Fanatismus. Ist total überraschend, dass man seine Werbung nicht vor Enthauptungsvideos des IS sehen wollte. Und dass damals eben auch Waffen-Channel mit unter die Räder kam, das ist glaube ich jetzt nicht so unverständlich. Da hieß es dann gleich Zensur. Ja, und der Hintergrund dessen wurde dann auch nicht mehr hinterfragt. Ich glaube jeder, also das war ja zu der Zeit, ja 2018 glaube ich, war auch mit der Artikel 13 Sache thematisiert, oder das Ganze thematisiert. Und ich glaube 2019 kam dann das Zeug mit der Artikel 13 Sache. Ich bin mir gar nicht so sicher. Ich dachte eigentlich, das war die Zeit damals, wo dann Jörg Sprawe so ein Video gemacht hat. Dadurch kannte ich ihn dann erst, weil er so ein Video da gemacht hat. Und es ist doch logisch, dass Firmen Werbung schalten wollen vor Kanälen, wo sie nichts zu befürchten haben. Die wollen doch niemanden unterstützen, der irgendwelche schlimmen Inhalte postet. Also für jeden, der das mal so ein bisschen logisch betrachtet, kann man doch die Firmen verstehen, dass sie das so haben wollen. Deswegen finde ich diese Einführung von diesem Monetarisierungsding finde ich gar nicht so schlecht. Ich kann das komplett nachvollziehen. Nur die Umsetzung ist ein bisschen schwierig, weil mal wird da irgendwas da drauf geachtet, mal nicht. Wie zum Beispiel irgendein Name ist zum Beispiel werbeunfreundlich, aber der gleiche Name ist bei einem anderen YouTuber wieder werbefreundlich und so ein Spaß. Also das ist halt immer so ein bisschen schwierig, deswegen das System ist halt kacke. Aber dass das so eingeführt wurde, kann ich komplett nachvollziehen. Weil ich würde nicht gerne, hätte ich jetzt eine Firma, meine Werbung vor einem YouTube-Video sehen wollen, wo jemand enthauptet wird oder sonst irgendwas passiert. Arkt und Jörg Sprawe zog dann in die Schlacht gegen YouTube. Dabei hätte es ihm eigentlich egal sein können. Denn seine geschäftliche Situation sieht nicht schlecht aus. Er ist auf jeden Fall stark eingebunden. Ich habe da einfach mal einen kurzen Blick drauf geworfen. Unter anderem ist er in der Prokura bei der Immokont-Immobilienkontor GmbH. Wie auch beispielsweise der bereits verstorbene David A. Grönewold. Und den Namen, den kann man tatsächlich kennen. Zum einen, weil er an Filmen wie Der Wichser oder Die Welle als Produzent beteiligt war. Aber noch mehr, weil er damals mit Christian Wulff wegen Bestechung und Bestechlichkeit zusammen vor Gericht stand. Was dann den Anlass geliefert hat, für Christian Wulff zurückzutreten als Bundespräsident. Das ist eine ziemlich skurrile Verbindung. Und da es ja dann mit den YouTube-Einnahmen nicht mehr so blenden lief, hat sich Sprawe woanders in Stellung gebracht. Und zwar als Geschäftsführer der Go-Gun GmbH. Essen, die hat übrigens ihren Gewinn im ersten Corona-Jahr vervierfacht. Ich sage ja, das ist ein lukratives Geschäft mit der Angst. Und ich denke, gerade wenn man das im Verhältnis sieht, sollte klar sein, wer sich da bewaffnet hat. Wie gesagt, ich hatte Sprawe von früher noch so als einen kauzigen Nerd in Erinnerung, der einfach verrückte Sachen baut. Aber ich glaube, ich habe den politischen Drift dieser, ich weiß nicht, Prepper-Szene oder der Outlaw-Szene oder keine Ahnung, wie man das nennen kann. Der Leute, die vorbereitet sein wollen, irgendwie unterschätzt. Gerade jetzt im Zusammenhang mit der Pandemie. Und sein allerneuestes Video, das ist alles andere als lustig oder kauzig oder harmlos. Es ist halt ein Unterschied, ob man sagt, man schießt auf Zombies oder Hexen oder man schießt auf Bürger während eines Blackouts beispielsweise, der ja temporär ist. Naja, zumindest erwähnt er, dass wer das auch immer tut, dafür die Konsequenzen tragen muss am Ende. Wenigstens das. Am Anfang sagt er zwar auch, dass er den Zusammenbruch der Gesellschaft für unwahrscheinlich hält, aber im Laufe des Videos entwickelt sich das sehr, sehr schnell so, als ob das gar nicht so tief in seinem Bewusstsein verankert ist. Also es klingt schon alles ziemlich serious. Vor allen Dingen, wenn dann so sehr spezifische, ich sag mal Situationen beschrieben werden und wie man sich in denen dann verhält. Die wollen euer Essen stehlen. Die wollen euren Generator klauen. Die wollen alles haben, was ihr angeschafft habt, um euer Überleben zu sichern. Also mit diesen Leuten muss man halt anders umspringen. Und da muss man sich auch anders bewaffnen, wenn man das tatsächlich überleben will. Da gibt es nicht nur Tipps... Alter. Ja, was ist denn? Denkt ihr, denkt ihr, es herrscht bald ein Zombie-Apokalypse, so for real? Dass die Leute so auf der Straße so rumlaufen? Oh, Generator, Generator. Also was, Junge, was ist denn mit ihm los? Ich hab ganz merkwürdige Vibes. Also an seiner Stelle würde ich nach Amerika ziehen, da kann er seine Waffen ordentlich bauen und wahrscheinlich sogar mit seinen eigenen Waffen dort einfach quer durch die Straße rumrennen. Junge, 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 ganz schwierige Aussagen. Das ist dazu, mit welchen Waffen man sehr schnell sehr viele Menschen entbleiben kann. Das sieht jetzt nicht so aus, als viele er tut um, wenn man ihm mal was zu essen klappt. Ey, Alter, wir machen uns jetzt nicht lustig über irgendwas. Ey, chill, das ist ein ernstes Thema, ja. Ja, zeigt auch frei verkäufliche Waffen, ohne Waffen scheinen erhältliche Waffen. Und erwähnt dann so nebenbei, dass es ganz easy ist, die entsprechend noch zu bearbeiten, dass sie eben lethal wären. Weil, was man natürlich nicht tun soll, weil das wäre ja illegal. Und natürlich sind die meisten Waffen noch zu bekommen, aber fast alle ausverkauft. Also sollte man sich beeilen, sie zu kaufen auf der eigenen Seite. Ich mag mich ja oft aufregen über YouTuber, die Müll an Kinder verkaufen. Aber ganz ehrlich, ich hätte lieber eine gesetzliche Verpflichtung dazu, nur Bilou-Badeschaum zu kaufen, als dieses QVC für gewaltbereite Hinterwäldler zu sehen. Ja, und an dieser Stelle nichts gegen Sportwaffen, nichts gegen Jagdwaffen, nichts gegen Dinge, die man im beruflichen oder im sportiven Bereich irgendwie benutzen kann. Das möchte ich damit nicht sagen. Was ich hier halt problematisch finde, ist dieser Do-it-yourself-Waffenbau-Charakter. Dieses, ich zeige euch jetzt mal, wie ihr schnell viele Menschen tötet, wenn es zu diesem Tag X kommt. Der Tag X ist ja das Narrativ von diesen extremistischen Gruppen, dass man vorbereitet ist auf eben den Umsturz der Gesellschaft beispielsweise. Das ist ja etwas, was mitschwingt, immer im politischen Kampf, immer in dem, was man während der Pandemie so gehört hat. Dieses, ja, wir sind jetzt hier auf der Straße, ihr werdet noch alle zur Rechenschaft. Ja, aber Drachen, ey, guck mal. Also ich schreibe, ich denke, dass es eher ein Hobby für die Leute ist. Und ich sage mal so, lieber Vorsicht als Nachsicht. Solange man keinen gefährdet, finde ich das okay. Aber guck mal, das ist doch einfach nur Panikmache. Das, was hier gemacht wird, ist Panikmache, um selbst davon zu profitieren. So, er macht ja nichts anderes als, ey, stell dir vor, das wird passieren und das kann passieren. Und ja, es ist so nicht ganz so wahrscheinlich, aber es ist trotzdem möglich, dass das passiert. So, seid lieber da gedingst und ihr müsst das machen und das machen. Ey, also ich, das ist ja, er nutzt diese Panikmache aus, um Leute schon mal darauf hinzuweisen, ey, schafft euch Waffen an. Und dieses Waffenanschaffen, um dann potenziell Menschen zu töten, ist jetzt in Deutschland, ja, in einem relativ privilegierten, allwegs privilegierten Land ist das sehr, sehr schwierig. Ja, weil wir haben ganz andere Waffengesetze als zum Beispiel in Amerika, wo gefühlt jeder eine Waffe trägt, ne, und das dort völlig legitim ist. Ne, also das Hobby, sich darauf vorzubereiten, auf Menschen zu schießen, kann man sehr gerne verbieten. So ist es. Nach der Revolution werdet ihr schon sehen, wie es euch dann ergehen wird. Ja, der Tag X, die Vorbereitung darauf, dass man sich bewaffnet auch noch und dass man hier einen Kanal hat, wo man sich bewaffnen kann, theoretisch, für diesen Tag X und dann auch noch schlaue Tipps bekommt, wie man selbst sich eben dahingehend momentan auch auf der Basis der geltenden Waffenrechte sich so einen Weg bahnt, wie man da irgendwie drum herum kommt. Das finde ich total schockierend. Ja, also, dass ja verunsicherte Leute aufgehetzt werden und mit düsteren Zukunftsprognosen nicht nur dazu aufgefordert werden, sich zu bewaffnen, weil es ist notwendig, sich so schnell wie möglich zu bewaffnen. Ja, Tag X, der kommt bald. Es ist bald soweit. Der Winter naht. Ja, Winter's coming. Sondern, dass auch immer wieder mit dem Element gespielt wird, dass man die Waffengesetze so gut es geht eben austricksen will. Ja, aber es geht auch easy illegal und deutlich krasser. Aber, das kann er keinem empfehlen. Aber es geht. Total easy. Aber macht's nicht. Auch wenn's total einfach wäre, ne? Nicht nachmachen. Leute, ich weiß nicht, konnte ich euch so ein bisschen mitteilen, was meine Gedanken dazu sind? Ich finde das irgendwie hochproblematisch. Klar, seine Videos sind so formuliert, dass das irgendwie funktioniert auf juristischem Parkett. Aber wir sehen hier jemanden, der Fehlinformationen über ukrainische Kriegsverbrechen verbreitet. Der die Propaganda von Neurechten verbreitet und Videos mit diesen Inhalten teilt. Er weiß es sehr geschickt, einen offensichtlich extremistischen Eindruck zu vermeiden. Ja, aber diesen Leuten liefert er eben Waffen, seitdem er nicht mehr werbefreundlich ist. Und diese Entwicklung finde ich echt bemerkenswert. Bemerkenswert furchtbar. Was meint ihr? Findet ihr, dass diese Art von Inhalt auf YouTube bedenkenlos konsumiert werden sollte? Dass das... Ich weiß nicht. Also jetzt weiß ich auch, was damit gemeint wurde mit Ey, schaust du... Was hältst du von Jörg Sprabe? Jetzt weiß ich, was damit gemeint war vom dunklen Parabelritter. Ja, als er hier reinkam. Harmlos einzustufen ist. Überreagiere ich da jetzt mal wieder. Wie seht ihr das? Schreibt es mir gerne mal da unten in die Kommentare. Ansonsten bewertet gerne das Video, lasst mir ein Abo da. Und wir sehen uns im nächsten Video, wenn wir uns hoffentlich nicht mit dem gewaltsamen Umsturzversuch in dieser Gesellschaft auseinandersetzen müssen. Bis dann, Herr Tschüssikowski. Okay. Ja, das ist ein gutes Video auf jeden Fall. Hat mir jetzt... Es ist richtig traurig. Es ist sehr, sehr traurig. Weil ich hatte ihn eigentlich auch so ein bisschen als Nerd in Erinnerung, der halt einfach Bock hat, irgendwelche Waffen selbst herzustellen. Aber so aus Spaß, so irgendwelche Schleudern und was es da nicht alles gibt. Wollt ihr das Thema nicht vor kurzem im Chat... Ich habe dem Herrn früher gerne geguckt, als es noch Slingshot-Channel war. Ich fand das lustig, was man aus Holz und Gummi so machen kann. Genau, diese Schleuder-Dings. Aber auch damals kam er mir etwas komisch vor, aber ich konnte nicht so recht den Finger drauflegen. Seitdem er seinen Channel unbedannt hat und es mir am Waffengesetze und wie man die umgehen kann, wurde er mir sehr schnell unsympathisch. Ich habe ihn auch entfolgt. Ja, besser ist das auf jeden Fall. Es ist gefährlich. Es ist gefährlicher Content. Ähm...